Der Raspberry Pi 5 ist brandneu erschienen. Hauptsächlich bietet er wesentlich mehr Leistung an verschiedenen Stellen. Was das konkret ist, habe ich ja schon in einem eigenen Video vorgestellt. In diesem Video soll es aber darum gehen, wie ihr den Raspberry Pi 5 bekommen könnt, und zwar möglichst schnell als einer der ersten. So viel vorneweg, der Raspberry Pi 5 ist noch nicht offiziell auf dem Markt. Er wurde für Ende Oktober 2023 angekündigt. Mittlerweile haben ihn einige autorisierte Händler in ihr Sortiment aufgenommen. Dort wird von mehreren der 23. Oktober als Erscheinungsdatum genannt. Eine Liste aller offiziellen Händler findet ihr auf der Raspberry Pi.com Homepage. Am sinnvollsten ist die Gruppierung nach Region. Da könnt ihr zu eurem Land runterscrollen und seht eine Liste von allen Händlern, die in diesem Land ausliefern und aktiv sind. Preislich liegt er da in Deutschland zwischen 69,99 und 72,90 Euro für die 4 GB Variante. Das ist die kleinste, die zum Marktstart erhältlich ist. In den meisten Shops könnt ihr keine Vorbestellung tätigen. Die Produkte sind nur schon mal vorab gelistet. In manchen Shops kann man dort auch eine Benachrichtigungsfunktion aktivieren, damit man zum Erschein eine E-Mail bekommt. Wenn das Ende Oktober der Fall ist, muss man aber die Bestellung noch tätigen. Und da ist mit einem großen Andrang zu rechnen. Daher wird das mit der Bestellung vielleicht nicht sofort klappen. Und wenn es klappt, wird die Lieferung einige Zeit dauern. Zumindest würde ich für die meisten mal damit rechnen. Etwas ähnliches hatten wir ja auch schon, wenn der Raspberry Pi 4 verfügbar war, dass der schnell ausverkauft war und die Shops dann teilweise wegen Überlastung gar nicht die Bestellungen alle annehmen konnten. Die zweite Möglichkeit geht über MagPi. Das ist das hauseigene Magazin rund um den Raspberry Pi. Wer es abonniert, der bekommt einen Vorteilscode. Diesen kann man bestimmten Händlern einlösen. Und dadurch wird die Bestellung als eine der ersten verschickt. MagPi erscheint monatlich in einer englischen Ausgabe für 80 Euro im Jahresabo. Es gibt auch einen deutschen Ableger, der auf der englischen Fassung basiert in all zwei Monate erscheint. Hier werden rund 55 Euro für das Jahresabo fällig. Hackspace ist die zweite Zeitung, bei der man ebenfalls einen Vorteilscode bekommt. Das ist, denke ich, vor allem interessant für diejenigen, die das Magazin sowieso schon lesen. Wenn du nicht dazugehörst und es auch nicht extra deswegen abonnieren möchtest, dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Du kannst nämlich bei ausländischen Händlern, wie zum Beispiel der Pi Hut, dir schon jetzt ein Pi reservieren. Und zwar ohne diese Zeitungen abonnieren zu müssen. Leider gab es hier nur ein sehr kurzes Zeitfenster von wenigen Stunden, in dem man durch eine Reservierung ein Raspberry Pi 5 kurz nach dem Erscheinungsdatum zugeschickt bekommen konnte. Das lief am 28.09.2023 um 20 Uhr nach der lokalen Zeit in Großbritannien aus. Wer jetzt noch reserviert, der wird sein Raspberry Pi 5 voraussichtlich erst Anfang 2024 erhalten. Bedenkt zudem, dass in den Preisen von The Pi Hut die Mehrwertsteuer noch nicht enthalten ist. Außerdem sitzt der Shop in Großbritannien. In die EU zum Beispiel kommt also noch ein Vorzoll dazu. Ich habe dort 2021 für rund 83 Pfund, das entsprach damals 109 Euro, mit Versand, bestellt und musste insgesamt 24,32 Euro noch an Zollgebühren dazu bezahlen. Es gibt noch eine Alternative, die würde aber für viele wohl wenig praktikabel sein. In Cambridge, also Großbritannien, gibt es einen Raspberry Pi Store. Dort kann man ab sofort pro Person einen einzelnen Raspberry Pi 5 reservieren und ihn dann ab dem späten Oktober 2023 abholen. Dafür ist kein Abo notwendig, doch dafür muss man eben zweimal in Großbritannien vor Ort sein. Die schnellste Möglichkeit für einen Raspberry Pi ist also das Abo von einem der beiden Zeitschriften und dann das Einlösen des Vorteilscodes, den man dabei bekommt. Doch das kostet aber auch entsprechend. Wer ihn möglichst günstig möchte, der ist besser daran beraten, sich bei den deutschen Shops, die das anbieten, über die Verfügbarkeit benachrichtigen zu lassen, um dann möglichst schnell dort zu bestellen, bevor der Shop überlastet oder ausverkauft ist. Es macht auch Sinn, sich ab dem Datum und am besten auch schon ein bisschen davor mal umzuschauen. Auch wenn es mit dem Weg schwieriger werden dürfte, ist er am günstigsten, weil er kein Zeitschriften-Abo braucht und auch nicht im Ausland bestellt, sondern bei einem ganz normalen deutschen Shop. Wenn du erstmal alle Infos zum neuen Raspberry Pi 5 erfahren möchtest, dann schau dir gerne mein Video dazu an, das ich aktuell dazu gemacht habe. Das sind alle Infos, die es dazu aktuell gibt. Sollten Neuigkeiten dazu kommen, dann erfahrt ihr das zuerst auf uLabs.de sowie später auch hier in einem Video. Und damit Tschüss, bis zum nächsten Mal.